Moin Kinders, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, ich wollte das Video einfach mal neu anders anfangen und ja, ich wollte mich als erstes für meine 42 Abonnenten bedanken, finde ich schön, dass es nach 1-2 Monaten 42 sind, ja genau. Ja, dieses Video heißt ja OMG an YouTuber und ja, es geht um diese typischen Reaktionen, wenn man irgendwo hingeht, wo auch immer hin, Schule oder sonst wo, ist mir relativ egal und man da sagt, ich mach YouTube, ich mach YouTube Videos und auch um die Reaktionen danach, wenn sich die Leute die YouTube Videos angucken, also alles mögliche, was man so an Reaktionen sammelt auf seine YouTube Videos, die man produziert, ja. Und los! Der Hater Oh geil, der macht ja wirklich YouTube Videos. Gleich mal eins anklicken und schlechten Kommentar schreiben. Zack! Und los, hä 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 hä, ich fühl mich voll hart, weil ich den schlechten Kommentar unterschreibe. Deine 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 Videos Sind Schlecht Muha Ha Der Wissensgeile Übrigens, ich mach jetzt YouTube. Was? Was? Geil. Wie viel Unclea? Geil, wie viel Clicks, wie viel Abos? Wie vari- wie verhast du? Wie hast du? Waabla- ...сяegil, wie gladier Er war ja, ich bin so wissensgeil, ich möchte wirklich alles über deinen Kanal wissen. Oh mein Gott, wie peinlich. Übrigens, ich mache jetzt YouTube. Was? Oh mein Gott, wie peinlich, es gibt sooo viele tolle Sender wie RTL und so und da musst doch nicht so eine Ste japon, ey erstes mal. RTL ist wie besser. Der An-Gebe Alter, ich schwöre, wenn ich YouTube machen würde, ich wäre viel besser. Ich hätte nach einer Woche bestimmt so eine Million Abos und 50 Millionen Klicks, ey. Und was bist du hier nach einer Woche? Irgendwie 100 Klicks oder wie viel auch immer, ey. Sag mal, wie schlecht bist du eigentlich? OMG-Face Übrigens, ich mache jetzt YouTube. Der Nörgler Das sind die Leute, die einem am meisten ankotzen. Man kann mal irgendwie falsch sitzen oder falsch in die Kamera gucken, die sprechen ja immer am nächsten Tag in der Schule darauf an, wie schlecht das ist. Jede Kleinigkeit wird aufgegriffen und das regt einen so krass auf. Und ja, Meckerer und Nörgler sind Scheiße. Der Neutrale Übrigens, ich mache jetzt YouTube. Schön. Ja, das war es jetzt leider auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Und ihr könnt auch gerne ein bisschen Feedback in die Kommentare schreiben, weil auf die letzten Videos habe ich eigentlich nicht besonders viel Feedback bekommen. Das habe ich am Anfang ein bisschen. Aber ich habe allgemein noch relativ wenig Feedback. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unten in die Kommentare mir ein bisschen Feedback zu meinen Videos gebt. Ja, das war es dann jetzt mit dem Video. Und bis zum nächsten Mal. Bis nächste Woche Sonntag, 18 Uhr. 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 Untertitelung des ZDF, 2020